so hallo und herzlich willkommen weiter geht es hier bei minecraft feed the beast daybreak horizon 2 wie ihr seht das blading ist halbwegs fertig aber wir brauchen ein bisschen mehr zwei alumen genau zu sein jetzt haben wir schon fünf also wir kommen wenigstens mal auf sechs stück deswegen würde ich sagen tasche raus ganze groß schnee und dann gehen wir fahren hopp muss man das einfach so machen sonst bekommen wir das nicht fertig also jetzt haben wir drei taschen den komischen magnet der uns viel zu schnell das ganze wieder einbläst naja ich gebe mir meine tasche zurück wegstück haben und die kann man gleich unten in die maschine reinlegen moment machen wir mal wieder voll geht gar nichts raus naja dann stellen wir das ding mal auf fünf mal fünf schon mal und einmal runter halt da wollte ich nur licht drin machen ähm geht zwar scheiße aus aber was soll's so jetzt wie du die bladding ups wenn ich das schiff klicke geht es direkt rein oi was ok muss das alles auf einmal reinlegen sonst kann die rakete oder macht magneten oder so ups erstmal darüber jup da geht es runter komm na komm ok wir sind auf höhe 56 ja das wird nichts wenn ich da zu lang bleib kommen wir irgendwann in mir raus naja erstmal ein bisschen bullen menschen ey der cobblestone hat es nicht weg hat es zerstört das funktioniert schon mal aber ich habe hier noch was gesehen na das ist zink von dem her das ist schnauzink ja klasse buddeln wir mal ein bissle das meinte ich das ist das problem auf der höhe wups alles mitnehmen was wichtig aussieht das ist das shansha craft das brauchen wir nicht das ah ist das schön wenn der koppel nicht mitgenommen wird geil das ist endlich gefixt aus mir ne wo heißt das doch aus mir im Wasser so ups heieieiei jetzt geht es aber vorwärts wir brauchen einen haufen kopfhauer wir brauchen aber auch alu alu war 32 ok da müssen wir runter wir hin gerade einen hauen grusch eingesammelt 41 kopfhauer ist schon mal gut ach ne mal das kopfhauer zeig hier auch noch mit 32 runter und das war doch nur hier oben äh was war denn das alu ne doch das war körper also kein problem da haben wir jetzt bissle was 50 das war doppelt ja einiges na komm gib her ups ein bisschen hier rein muddeln da ist schon wieder körper naja so viel naja ein bisschen brauchen wir schon noch ups äh einfach alles mitnehmen ein paar fackeln oh hey kollege halt mein fleisch dann runter auf was war es 32 hier ist 32 ok ein paar fackeln setzen auf 30 so jetzt auf 32 koppel 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 oh gott alu ok ich brauche halt mehr alu oh manche wird das inventar voll dann nehmen wir die nicht die tasche sondern die tasche alles rein in noch nicht alles um erst bei der maschine nicht kein alu ok einfach in die richtung alu da gibt's alu da gibt's alu das eine kann man verzichten oh wer da mehr alu lex inklusive ähm mal wieder sortieren alu haben wir hier jetzt neun das ist schon mal nicht schlecht wir brauchen aber mehr da kommen da ist alu ok da oben ist noch eine höhle ich bin hier los zwölf frames das geht ja gar nicht da war ich auch der alu alles mitnehmen alu 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 und was ist das ah öl er macht öl nix aus wenn ich reinfalle ok ist klar äh wie bin ich noch nicht rausgekommen jetzt habe ich den überblick verloren wo ich gerade bin ah da finden wir auch das andere ach da oben ist alu oh ganz viel alu ups noch mehr alu jawoll muss ich mal raus dann können es aufhören zu lecken silikon das war keine ahnung wie das gerade ausgesehen hat wo ich es eingesammelt habe wo ich es eingesammelt habe da war es ob es war zu schnell weg ach da ist linken ok da eine von meinen alten mine schächte glaube ich ich elizium hätte ich gerne dann lädt haben wir bissle was tritium haben wir was ein stack alu das sollte dann schon mal reichen hey da haben wir ganz viel von dem zeig mal ein bissle hier rum buddeln müsste reichen so raus hier ja oh ich habe ganz schön viel Futter verloren erstmal spachteln dann wieder hoch weil ich glaube ich räume lieber noch ein bissle kupfer weil das ist schon ein bissle wenig glaube ich was ich dabei habe wenn ich noch so viel heavy duty plating herstellen muss ganz viel kupfer bitte klung 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 äh mein inventar schon wieder voll ok ok nein back and back geht nicht weiter gehts wow 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 ich bin gar ein bissle auch schnell äh genau soviel aus mir umher mau oi alles mitnehmen alles mitnehmen so weiter gehts hier in die richtung ups ein bissle das ist von hoffen xp das ist von hoffen xp raus hier. Pizza geht in die Hände, dann können wir rennen. Ah, hier war's. Huiiii. Ganz nach oben. Alles geschwind aufladen und in Maschine schmeißen. Huiiii. Klamm. Ich will nicht mit Mixer. Oh. Ich will nur Mixer. Iron, Sink, Klamm. Geht so aus mir. Das zeig. So. Das, 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 das. Nein. Nein. Das hier rein. Und dann abwarten. Wenn's halt bisschen dauern. Wir haben ja eigentlich jetzt schon zirks die Geschwindigkeitsstufe. Hallo. Papa. Das geht schon. Ähm. Ich glaube, ich soll ein paar Draw machen. Ähm. Ähm. Das geht nicht. Na komm. So. Oder so. Also. Just so gut. Ähm. Oder wie ist denn die 4x4-Kammer? Wirtschests und Wut. Wirtschests und Wut. Äh. 5x4-Kammer. Ich muss 18. Äh. Was ist denn da? Da. Äh. Das rein. Das rein. Und das rein, ok. Probieren wir mal kurz, ob wir hier schon was los kriegen. Ist ja zumindest Cosmium, Goldust, Trigium, halt. Das hier rein, das hier, das ist Pink. Und das ist das Heated-Get-Winz. Ah, also jetzt hat die Boxen Platz. Wollen wir noch ein bisschen warten. Ups, Iron, Zing und Alu. Kleiner, da ziehen Alu zum Klopfen rein. Pink und mehr Copper. Doppel-Copper-Dinger und Solar-Marsche mit Copper. Okay, 53 Opfer. Hälfte machen wir. Ah, scheiße, drauf haben wir alles. Das ist Alu, glaub. Ah, das sind 18 Alu-Barn. Alle durch. Und dann brauchen wir das Deal. Die muss ich ja eigentlich unterherstelle. Häl... So, bitte. Iron? Und nur ein Stack. Das stimmt, wenn man sich das ganze Inventar saufen, dann muss man mal mit zwei. Und jetzt brauchen wir zweimal Kohle. Ach, komm. So. Einmal wieder sortieren, dann gehen wir runter. Also. 16 Kupfern haben wir. Halt, das ist mir egal. Oh, du passt. Und wieder runter. So. Ups. Kloin. Ah, F7 wird ausschalten. Kein Wunder, dass der Skull geleckt hat. So, dann müssen wir noch mehr Stahl herstellen. Habe ich hier Iron drin. Rechte 5. Jawohl. 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 Warum habe ich den Trick mitgenommen? Egal. So. Und noch meine... Chest. Ich habe den Trick nie angelegt. Oh. Ich habe den Trick nie angelegt. Oh. Chest drauf. Ah, das läuft. Ah, deswegen läuft es nicht. Hehe hee. Zobrüber. Drei Bottles machen. Hm. Ja. Sehr schön. Rüber. Und, ups. Zu. Dann kann man auch hier ein Balles reinlegen. Dann kann man die sich auch reinziehen. Und dann brennt der auch wieder. Und ich brauche mir das auf der anderen Seite genauso. Dass der hier das Eisen und. Wie kann ich das machen? Ah, Moment. Gibt es das hier? Ja, Pipe gibt es. Transfer Pipe. Okay, dann kann man in der nächsten Folge machen, dass der hier. Nur die Kohle rauszieht. Und hier reinfüllt. Und wir werden in der nächsten Folge machen. Von dem her. Wieder ein Stück bei Galacticraft geschafft. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.